Ich kill euch eh alle. Ja, ja, mal schauen, ne? Okay, Leute, es geht los. Das ist mein Ding. Ich kill euch eh alle. Wir-Kwer-Kwer-Mustache. 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 Hallöche, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Supercraft Bros Brole zusammen mit, ich zeig's mal ganz kurz von der Seite. Luke plays ungespielt und Ja genau, wir spielen hier heute eine schöne Runde. Mal schauen, wer hier gewinnen wird. Genau, ich bin blau. Ich nehm hier mal heute gelb. Ihr wolltet ja alle mehrere Runden haben und es macht uns ja auch Spaß. Und bei mir wollten alle, dass ich endlich mal den blöden Kaktus nehme. Also nehm ich den Kaktus. Und wir haben uns gedacht, wir haben uns gedacht, dass wir jetzt zwei in dieser Folge, die ihr gerade seht, werdet ihr zwei Solo-Runden sehen, also jeder gegen jeden. Und morgen werdet ihr da nochmal eine Team-Runde sehen und zwar werden dann morgen zwei Team-Runden auch in einer Folge sein. Hör, was gibt mir die Zeit, wenn wir da bekommen? Okay, wollen wir einfach random, random? Random, oder? Bitte, bitte die Pilz-Map. Bitte, äh, Dings, Village. Die Pilz-Map ist voll ausgelutzt. Okay, die ist schon mal in Ordnung. Ich sag mal, die ist richtig scheiße, wenn man überall runterfällt, aber egal. Egal. Da kann ich euch alle schön runterstoßen. Nee, nee, ich komm vorbei. Können wir gerne. Ich will euch eh alle. Ja, ja, mal schauen, ne? Okay, Leute, es geht los. Das ist mein Ding. Konkruf da raus. Ich mach auch jetzt auch wieder den... Da ist der Enderman, was willst du, Enderman, hä? Was willst du, was willst du, du Enderman? Was willst du? Spring hier runter, spring bitte da vom Fenster. Da ist doch der Zombie, Mann. Na? Wer übertreibt hier? Wer übertreibt, hä? Wow, ich bin nicht runtergefallen. Wow, wie war das? Danke, danke, Gott. Oh, Mann, aber ich will überleben. Ich bin noch gar nicht runtergefallen, hä? Dankeschön. Ich mag die Enderperlen. Oh, nee, ne? Okay, Konkruf und ich haben beide schon ein Leben verloren. Oh, leck. Also manchmal lache ich, wie so ein stierisches Kleid ist. Das hier ist meine letzte Aufnahme ohne Shader. Ab nun dann nur noch mit Shader. Alter, ich freu mich viel. Das ist bei mir so auch mit einer der allerletzten. Runter, runter, runter. Haut doch ab, Mann. Haut doch ab von mir. Hau mal schon Schläge. Weg hier. Nein. Nein. Auf gut, schade. Luke. Ja, Leute, das kommt dabei raus, wenn ihr mir sagt, welchen Typ ich nehmen soll. Nein, nein. Guck mal, der hat schwer von Rückstoß 1. Richtig. Versteht nicht. Ich mach das nur für euch. Nur für meinen Abonnenten nehme ich hier gerade diesen. blöden Typ hier, weil die es alle haben wollten, Mann. Die haben mich alle abgemacht. Komm, bleib stehen. Komm, bleib stehen. Ja, du mit deinem, guck dir doch mal deinen Verkauf. Du hast Schärfe 3, hast du. Ich habe Schärfe 1, Mann. Nein. Gott. Ey, wie, wie, man kann so gar nicht gewinnen hier. Ja, und Coin Crafter steckt bei mir im Boden, richtig. Ja, ist doch normal. Ey, das ist nicht normal. Habe ich überhaupt noch ein Leben oder bin ich raus, hier? Jetzt geht's los. Nein. Nein. Du hast im Netz gefallen. Ich konnte im Netz nicht schlagen. Nein. So ein Genie. Genie. Verdammt. Genie. Nein. Nein. Woha. Ah. Alter, wer hat grün genommen? Ich glaube, Simon, oder? Ich bin grün, ja. Okay, alle haben zwei Leben, nur ich habe noch eins. Okay. Dann muss ich aufkommen. Dann ist er endlich auf dem Spiel. Nein, natürlich nicht. Oh, wie gemein. Nein. Weiter machen. Oh nein. Ich finde euch gar nicht. Komm schon. Nein. Ey, warum macht ihr so einen Schaden? Was ist das mit einem Enderauge? Boah, Luke. Luke, Alter, wie gehst du denn ab? Ja, ich sterbe aber auch voll oft. Nein. Luke, wie gehst du denn ab? Luke plays this out of the game. Das zieht mir auf. Out of the game. Out of the shitty game. Konflikt muss sterben. Deine Zeit ist gekommen. Nein. Nein. Der Gomme ist noch da. Bitte Gomme. Nein. Gomme ist da. Oh Gott. Komm doch her, Mann. Ja, komm, du doch. Der Spruch. Den darf nur ich prang, ey. Ich komme. Nein. Jawohl. Leute. Und wie ich sie gefetzt habe. Ja, komm. Du hattest ein Zombie, Mann. Nein. Nein, da kommen Zombies. Da kommen Zombies. Wo kommen die denn her? Zombies. Aber ich habe gewonnen. Boah, das war mein Zombie. Den habe ich da eben noch gespawnt. Boah, das war so knapp. Leute, guckt euch das mal an. Ungespielt war slain by Zombie. Ich habe den eben da noch gespawnt. Hallo? Aber ich habe gewonnen. Ja, das war so knapp, Leute. Richtig episch. Einmal bitte alle slash kill. Meine Kugel war das episch gerade. Okay. Okay. Okay, jetzt werde ich erst, habe ich gehört. Ich bin gelb. Ich bin grün. Das war ja mal richtig knapp gerade. Okay, Leute. Ich möchte mal einmal gewinnen. Dann nehme ich deswegen einmal den Creeper. Gönnt mir mal den mal heute. Wir wollen hier zum Spar spielen. Und ich habe Spaß mit dem Creeper. Ganz einfach. Wir wollen hier zum Spar spielen. Deswegen will ich gewinnen. Ey, warte. Lass jetzt mal eine Map nehmen. Ich hatte noch nicht. Wen hatte ich da noch nicht? Du hattest sie alle. Ne? Mal Village nehmen. Village ist geil. Village. Ich habe jetzt mal einen mit Bogen genommen. Ich muss ja meine epischen Bogen-Skills auch auspacken, ne? Oh, ne. Ich hasse die gerade. Ich mag die Karte überhaupt nicht irgendwie. Weil ich da immer raus aus der Welt falle. Ich kann die Karte einfach nicht. Village? Da kann man auch sich in der Mitte irgendwo positionieren. Ich habe erst einmal... Ah, nein. Du hast die Dinger. Ah, ha, 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 ha. Nein, Gaube. Gönn dir, hier. Ich gönn mir los. Glühwein für alle. Oh, oh, wo seid ihr? Oh, ich habe aber was für Schuhe habe ich an. Was für Boots. Sees Boots, ah, make for working. Ich spring so hoch, das kann ich gar nicht kontrollieren. Gaube, verschwinde mit deinem Creeper-Kopf. Oh, nein, ich bin raus. Ja, ich meine, mal verdammt. Irgendwie kommst du so vor. Hat man von euch den Creeper genommen? Irgendjemand hat grad mein Tränken um sich geschmissen. Ich hab den Creeper genommen. Ah cool, ich auch. Weg vom Rand, weg vom Rand. Concrofter, wir beide teilen hier grad schön Glühwein aus, stimmt's? Ich kann nicht so richtig gut laufen irgendwie. Der Gomme campt da hinten wieder. Überhaupt nicht, ich bin grad gespawnt. Ich bin gestorben. Boah Gott. Schade, ich wollte grad abhauen. Lohenrute. Damit kriegt ihr jetzt aufm Po. Da! Und jetzt ist doch noch dein Ende. Oh, da ist er unten! Da ist er unten, jawohl! Komm! Komm, komm! Scheiße, Enderperle! Ja! Ja! Oh, Concrofter, wie viel hältst du aus, Mann? Wie viel hältst du aus? Du wärst aber auch wirklich hier nicht voll. So ne Cheaterei. Einfach mit der Enderperle hoch, ne? Ne, ne, ne. Geil, ne? Guten Tag! Oh! Nein, ich bin schon wieder gestorben! Diese Enderperle, die ist so stark, wo du mitschlägst. Kommt doch rein in meine kleine Kneipe hier! Ich hab hier ne kleine Kneipe, kommt mal vorbei! Bist du jetzt endlich mal tot, Luke? Es gibt aber auch keine Fenster da drin. Glühwein für alle, kommt mal rein! Bitte stirb einfach! Bitte, bitte, Luke! Bitte, bitte, stirb! Wir haben hier heute... Nein, nein! Stirb nicht! Der stirbt nicht! Was ist da los? Der stirbt nicht! Ich hab, ich hab auf einen geflügelt wie so auf einen... äh... Keine Ahnung! Irgendwer ist bei mir unsichtbar, irgendwer ist bei mir unsichtbar. Ich seh keinen. Ich seh, komme nicht. Ach da oben ist er, okay. Jaja, ich bin hier gerade. Ich lauf hier. Ich geh steil hier. Irgendwie ist das eine Klasse die ich hab, die kann irgendwie etwas, aber nichts richtig... Nein! Oh ne! Oh, du hast so ein Glück ungespielt. Du hast so ein Glück heute. Luke hat Glück, der Paul ist einfach weg. Nein, nein, nein! nicht gefallen. Schon wieder rausgefallen aus der Welt. Ich möchte mal jemanden töten mit dem blöden Tränken, aber wenn... Da ist schon wieder dieser Endermann. Da ist schon wieder dieser... Oh, Luke, ne? Deine...Wir haben noch eine offene Rechnung zu begleichen. Ne, ich komm gar nicht ab, weißt du warum? Weil du mir zu pro bist. Du bist mir zu pro. Komm, 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 geh weg! Geh weg! Wow, 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 wow! Unsprung, Unsprung...ically ...treffe ich alles, aber jetzt mit diesem Bogen hier und diesen Feuerfallen treffe ich irgendwie nix. Boah, nein, verdammt. Boah, ich muss hier aufpassen, wo ich hintrete. Mist, ey. Das war richtig knapp. Was? Player 3 hat doch volle Leben. Ey, Coincraft, er war überhaupt nicht knapp hier. Ey Luke, du bist Player 3, oder? Nein, ich bin... Ich bin Player 3. Ich bin auch noch nicht so oft gestorben. Ich war immer so kurz... Das liegt an dem langen Battle da mit Gommel vom Anfang. Nein! Jetzt krieg ich aber nur auf die Fresse. Ja, und immer von mir. Wow! Wow, ungespielt schon wieder, du! Du hast mich schon wieder ein Leben abgezogen! Es geht doch bei mir! Eine Frechheit! Eine bodenlose Frechheit hier heute! Ich bin alle in euer Face! Wunderschönes... Nein! Und meine Tränke kriegst du ungespielt hier, ne? Komm her, mein Freund! Komm her! Nein, wo ist der Gommel? Nein! Nein! Nein, 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 nein! Das war der Fehler! Oh, ich musste ins Haus rein! Mach die Tür auf! Nein! Nein, tot! Nein! Ja, endlich! Rache tut so gut! Hahaha! Wie es aussieht! Aber man darf ja nicht sneaken! Das habe ich gerade vergessen! Ja, ja, hier! Regelverstoß! Einmal aus der Welt schmeißen! Bitte! Jetzt dafür musst du sterben! Komm, ich weine dann im Gebäude! Tränke ungespielt! Tränke auf freien Mann! Boah! Oh Gott! Die Tränke sind aber heftig stark! Okay, bin ich jetzt komplett raus? Ich bin auch gestorben! Oh nein! Habe ich noch ein Leben? Bin ich raus? Ne, du bist raus! Okay! Okay, ich bin auch draußen! Okay! Was ist denn mit mir? Wer ist von euch rot? Ich bin rot! Ich bin rot! Boah, was? Alle auf Luke! Coincrafter! Luke wartet! Luke ist einfach mal overpowered mit seinem Ender! Ja, er möchte hier unbedingt Tränke haben! Ich glaube, der Luke wird diese Runde... Also ich... Jetzt könnt ihr noch Wetten in die Kommentare schreiben! Hier noch nehm ich Wetten an! Ah! Prost! Zwei Creeper verbünden sich! Oh, hier ist der Ruf, dass ihr gegeneinander kämpft! Ja, ich weiß auch nicht, was das soll! Der Luke ist... Ich bin auf Luke gegangen! Luke ist ein unbesiegbarer Feind! Ihr könnt... Luke ist tot! Der ist weggeportet! Der ist weggeportet! Ey, verdammt! Das ist so dumm mit dem Porten! Ich nehm auch mal den Enderman, glaube ich! Der Enderman geht ja mal richtig ab hier bei dem Spiel! Ihr habt beide noch drei Leben und ihr habt beide noch eins! Also ihr müsst es zusammen machen, ansonsten hat Luke gewonnen! Ja, ja, ja! Okay, kommen wir zusammen! Ja, und der ist schon wieder von oben! Ja, 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 ja! Das war noch... Das war noch viel vorhin! F1, dann seht ihr nur noch... Alter, der portet sich hier rum wie sonst was! Wie viel Perlen hat der denn? Ja, äh... Genug in Stack! Ja, und das ist... Wenn der runtergeschmissen wird, dann hat er sich wieder hochporten! Das ist jetzt heftig! Ich sponso ein Zeug, der geht auf mich drauf! Einmal in die Ecke drängen! Oh, Luke, hättest du jetzt nach hinten geschlagen, wäre er runtergefallen! Ah, Luke ist tot! Okay, kommen wir noch einmal gegen Luke! Okay! Danach machen wir das! Machen wir! Ja, ja, ja! Ist doch alles fair hier! Ich meine, wir spielen doch hier nur... Klar, wir spielen nicht im Team! Reiner Zufall! Oh, da macht er schon wieder seine Trank-Action! Ungespielt der neue Kommentator! Oh, ne ne! Schon wieder hier ne Ender-Perle geworfen! Ohne die wärst du aufgeschmissen! Ich geh jetzt in die Commentary-Szene! Ich geh jetzt nicht mehr in die Let's-Player-Szene! Ich geh jetzt... Ja, hallö meine Damen und Herren! Hier sind wir bei deinem spannenden Gameplay! Alter! Uuuuh! Okay, stopp! Stopp, Concrafter! Oh, ehrlich, ich spiel! Ja, okay, okay, okay! Ich warte! Ich hab Hunger! Seit wann kann man hier Hunger verlieren? Alle haben noch ein Leben! Alle haben noch ein Leben! Boah, ihr habt's auch wieder ausgeglichen! Es ist echt krass! Also, dass ihr zu zweit dann so krass gespielt habt! Ja gut, aber wir spielen grad wieder alle gegen alle, ne? Ja, krass! Ja, jetzt auf einmal wieder, ne? Ja, Luke, du rockst das Ding jetzt noch! Komm, Luke! Fuck, mich hat so ne Hexe vergiftet! Ja, das hast du verdient! Luke, jetzt auf! Concrafter, los! Oh, ruckel, ruckel, ruckel! Schnapp ihn dir leiser! Schnapp ihn dir doch! Luke! Nein! Ich bin aus der Welt gefallen! Weil ich einmal nicht hin aufgepasst habe! Nein! Ich hatte noch nen Pokéball! Alter, diese Hexe hat mich auf ein halbes Leben runtergesetzt! Okay, Luke hat gewonnen! Ja! Gut, Freunde, das war's mit der... Oder wollen wir noch ne Runde dran packen? Nee, ich würd sagen, das fand ich doch die Folge ganz schön! Okay, dann war das jetzt erstmal die Solo-Runde und ihr seht dann morgen die Team-Runde! Auf unseren Kanälen, Alter! Ganz genau! Alle Kanäle sind auch in der Beschreibung verlinkt! Und dann... Was genau, das könnt ihr natürlich in den Kommentaren mal raten, wer mit wem hier! Das werden wir nicht verraten! Und dann werdet ihr in der nächsten Folge sehen, ob ihr recht hattet! Ja, genau! Das gleiche gilt auch hier für mich! Und dann würde ich vorschlagen, wer ist das für die Folge und haut rein und tschö mit Ö! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!